Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Paderborn. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer. Einmal unseren Gästetrainer Lukas Quaschenjock und unseren Cheftrainer Markus Weinziel. Und wie das immer so üblich ist, gebührt unserem Gast die erste Spielanalyse des Abends. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch wenn die Enttäuschung bei uns natürlich riesig ist. Gebietet es der Anstand und die Höflichkeit natürlich auch dem unterm Strich verdienten Sieger auch zum Sieg eben zu gratulieren. Glückwunsch Markus an dich und deine Truppe zu den drei Punkten. Ja, ich glaube, dass wir in den 90 Minuten ein sehr fehleranfälliges Spiel gesehen haben von beiden Teams. Ist natürlich schon auch der Tatsache geschuldet, dass Nürnberg in einer nicht ganz so leichten Phase sich befindet und wir mit drei Niederlagen am Stück jetzt auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Und dann wäre es für uns sicherlich durchaus von Vorteil gewesen, wenn wir es geschafft hätten, mit der riesen Gelegenheit gleich zu Beginn 1-0 in Führung zu gehen. Das haben wir halt einfach nicht geschafft und das hätte uns dann schon auch geholfen. Und spätestens mit dem 0-1 hast du dann auch gemerkt, wir einen unnötigen Ballverlust haben. Da hast du dann auch schon gemerkt, ja, das wird heute richtig schwer werden und mit dem Traumtor zum 0-2 ist es definitiv nicht leichter geworden. Nürnberg musste ein paar Mal wechseln und hat dann auch leidenschaftlich verteidigt. Wir haben jetzt nicht so das Tor bei droht und trotzdem natürlich dann mit dem 1-2 Hoffnung geschöpft. Wenn Nürnberg da aber sicherlich das dritte hätte früher gemacht oder überhaupt gemacht, dann wäre das Spiel entschieden gewesen. So ist es nun mal, dass wir als Verlierer auf den Platz gehen. Wie gesagt, unterm Strich schon auch nicht unverdient, weil wir es leider nicht geschafft haben, die Niederlagen zu Hause zu lassen und hier mit dem freien Kopf Fußball zu spielen. Jetzt gilt es, sich natürlich auch zu schütteln, ein wenig zu erholen und dann einfach auch wieder hart zu arbeiten, sich von vergangenen Leistungen und Erfolgen nicht blenden zu lassen, sondern sich darauf zu fokussieren, dass wir wieder ein Spiel gewinnen, denn für Siege gibt es keinen Ersatz. Da gilt es einfach hart zu arbeiten in der Vorbereitung, um da wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Vielen Dank erstmal und allen eine erholsame Zeit. Lukas, vielen Dank. Markus, deine Analyse nach dem letzten Hinrundenspiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich gebe das gerne an die Mannschaft weiter. Ich denke, wir haben heute einen verdienten Sieg geholt. Wir haben intensiv heute gearbeitet, sind 1-0 in Führung gegangen, machen das zweite Tor von Dua, das er wunderbar macht und machen es dann noch mal spannend. Mit dem ersten Ballkontakt von Luis Bräunig ist mir kurz das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Aber es ist so, die jungen Spieler machen Fehler, das ist mal so. Aber er hat es dann gut gemacht, hat sich dann, es waren noch 30 Minuten zu gehen, stabilisiert und hat ein ordentliches Spiel gemacht. Aber dadurch wurde es noch mal spannend. Wir haben es versäumt, das dritte zu machen. Durch die Konterbewegungen waren die hundertprozentigen Chancen da. Das hätte uns natürlich alles ein bisschen ruhiger erleben lassen. Aber so ist es. Hart umkämpft der Sieg, verdient der Sieg und ich bin einfach nur froh und glücklich um die drei Punkte heute. Dankeschön. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Dann beginnen wir die Fragerunde, wenn es dann Fragen gibt. Wer möchte den Anfang machen? Die beiden Kollegen von der BILD schauen sich an, wer macht den Anfang? Marco Werzinger hat es getroffen. Herr Weinzerl, wie wichtig war jetzt auch der Sieg mit Blick auf die Tabelle und diese lange Pause? Da ist ja dann auch ein bisschen mehr Ruhe in der Vorbereitung. Das, denke ich, kommt Ihnen noch sehr gelegen jetzt auf. Ja klar, für das Gemüt war es heute vor allem sehr, sehr wichtig. Und an Weihnachten wird es für das Gemüt auch angenehmer sein, wenn der Klubfan auf die Tabelle schaut. Aber für uns hat sich die Situation jetzt nicht so großartig verändert. Wir wissen, dass die Tabelle sehr, sehr eng ist. Wir werden die Erkenntnisse verwerten, die wir in den letzten Wochen gewonnen haben, brauchen jetzt gute Entscheidungen, brauchen vor allem eine intensivste Vorbereitung und dann brauchen wir eine gute Rückrunde und können so weitermachen wie heute. Wir haben heute vier Kilometer mehr investiert wie der Gegner am Ende einer englischen Woche, haben 275 Sprints, glaube ich, aus Bestleistung in der Saison abgeliefert. Und das ist die Basis für unser Spiel. Das hat man heute gesehen. Wenn wir hoch anlaufen können, wenn wir den Gegner frühzeitig attackieren, dann sind wir gut im Spiel und das haben wir heute gut gemacht. Und das muss der Weg sein für die kommenden Monate. Gleich noch eine Anschlussfrage. Können Sie schon was zu James Lawrence sagen? Nein, natürlich unglücklich. Die Verletzung müssen wir abwarten. Am Knie ist er verletzt. Dadurch müssen wir früh auswechseln. Das ist immer dann problematisch, wenn du nur noch zwei Wechselfenster hast. Genauso Erik Weg ist, da musst du raus. Also von daher haben wir heute in einer schwierigen Gesamtkonstellation wichtige drei Punkte geholt. Niko Gehleff von der BILD. Herr Weinzierl, Sie haben die Mannschaft jetzt nach Schlusspfiff zum Kreis zusammengeholt. Waren das die Worte, die Sie jetzt gerade auch meinem Kollegen gesagt haben? Haben Sie sie eingeschworen auf das neue Jahr oder was sind da für Worte gefallen? Ich habe frohe Weihnachten Ihnen gewünscht. Nein, ich habe sie gelobt für diese Leistung und auch zu dem verdienten Sieg. Und den Rest besprechen wir dann morgen. Aber nochmal, es steht außer Frage, dass wir in der Phase jetzt bis zum ersten Spieltag hart arbeiten müssen. Dass wir dieses Tempo, das wir heute gegangen sind, über weite Strecken, dass wir das immer und immer über 95 Minuten mit 110 Prozent abliefern müssen. Das ist unsere Basis. Und über diese Intensität werden wir Punkte holen und Spiele gewinnen. Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Herr Weinzierl, Quattwo Duas saß in Rostock zuletzt auf der Bank. Er hat heute, glaube ich, die richtige Reaktion gezeigt und auch gezeigt, was er leisten kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Vielleicht noch ein Wort zu seiner Leistung heute? Ja, er hat gut gespielt. Er hat sich durch Intensität, was ich vorher gesagt habe, auch die Bälle erarbeitet. Er hat den Zweikämpfen auch mal aus einem schlechten Ball einen guten gemacht. Er hat die 50-50 Zweikämpfe für sich entschieden. Er war dadurch gut im Spiel. Es liegt an ihm. Und ich war ja immer wieder im engen Austausch mit ihm in den letzten Wochen. Ich war nicht immer glücklich, weil ich weiß, dass er viel mehr kann. Und heute hat er das gezeigt. Und da ist jeder Spieler immer wieder verantwortlich. Und er hat es heute wirklich entschieden und mit den beiden Toren uns geholfen. Aber nicht nur er, sondern die ganze Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, auch Mats Möller-Dehli. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute in der Früh aufgestanden bin und gesagt habe, er spielt, weil es war eng zwischen Lukas Schleimer und ihm. Und er hat es heute wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gibt es weitere Fragen? Das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Dann sagen wir vielen Dank nach dem letzten Hinrundenspiel. Morgen gibt es nochmal ein kurzes Zusammentreffen der Mannschaft. Und dann ist die gesamte Truppe auch am Sonntag bei der Hareshauptversammlung und hat danach Urlaubtraining. Dazwischen ist es nicht. Euch allen, ja, frohe Weihnachten kann ich kaum sagen. Dazu sind wir noch ein bisschen zu früh, aber auf jeden Fall eine schöne Winterpause. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.